Heyho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Oh Leute, mir ist gerade arschkalt, ohne Witz. Ich nehme das gerade um 20 Uhr nach Mitternacht auf. Ich kann nicht schlafen. Ja, wie ihr seht, stehen wir hier in Verkauf. Und ich wollte mir heute außerplanmäßig eins der Charlie Horse kaufen, da, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es aktuell einen Rabatt gibt. Und zwar sind die Charlie Horse um 40% reduziert, das heißt von 850 Star Coins runter auf 510 Star Coins. Außerdem sind auch die American Quarter Horse reduziert um 25% von 949 Star Coins runter auf 713 Star Coins. Da wird dann also auch in der nächsten Zeit höchstwahrscheinlich ein Pferdekauf-Video kommen. Dieser Rabatt geht bis zum 1. Dezember. Also, wenn ihr bisher gehadert habt mit diesen Pferden und die ihr eigentlich super schön findet, schnappt sie euch. Günstiger als jetzt bekommt ihr die erst wieder, wenn eine neue Überarbeitung von denen kommt. Wenn ich ein bisschen komisch klinge, ich bin mega erkältet, immer noch gerade. Und ich weiß nicht, wieso. Ich habe immer mal wie so hoch und tiefs. Deswegen, es kann zwischendurch sein, dass ich einen Cut setze muss, weil ich huste etc. Also, nicht wundern. Und mir ist immer noch arschkalt. Ich habe die Heizung hier im Raum nicht an, weil sich das nicht lohnt. So. Ich habe mich für eins der Churleys entschieden, die hier stehen. Eins der drei. Ich meine, ihr seht das auf dem Sampleyer sowieso. Ich finde, ehrlich gesagt, alle mega schön. Und ich würde jetzt am liebsten direkt zuschlagen und mir alle Churleys holen. Weil das echt ein richtig gutes Schnäppchen ist. Problem ist einfach nur, dass die 200 zur Folge ansteht und dass dann etwas viel wird. Für die 200 zur Folge. Wie gesagt, der Rabatt geht noch bis zum 1. Dezember. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, den Dunkelfuchs mit der hellen Mähne zu holen. Das süße kleine Schnuckeltierchen hier. Da seht ihr es auch nochmal. 510 Star Coins. Leute, schnappt es euch. Ich habe bereits ein Curly. Deswegen weiß ich, dass mir die Rasse von den Gangarten sehr gut gefällt. Aber jetzt geht es erstmal zu den Infos zum Churly Horse. Das Churly Horse ist ein Generation 3 Pferd. Kam erstmals 2019 ins Spiel rein. Es gibt sie insgesamt in 6 Farben. 7 Farben. 6 davon stehen hier in Firkhoff. Eins gibt es in der App, nämlich steht Rappen. Ja, kaufbar ab Level 6. Kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 3 und Agilität plus 1. Kann man ab Level 6 kaufen. Aktuell kosten sie nur 510. Normalerweise kosten sie 850 Star Coins. Deswegen Leute, schlagt zu, definitiv. Ich bin auch schon am gucken, was ich mir alles jetzt hole. Außerdem hat das Churly eine besondere Gangart, nämlich den Curly Shuffle. So, dann wollen wir mal mit dem Textchen hier anfangen. Mit seinem markanten, wolligen Fell ist das Churly kuschelig wie ein Teddybär. Doch unter seinem flauschigen Äußeren steckt das tapfere Herz eines Chrisleys. Wenn du nach einem cleveren Begleiter mit freundlichen Wesen und außergewöhnlicher Ausdauer suchst, ist das Churly die richtige Wahl. Aber woher kommt eigentlich das bemerkenswerte Fell des Churlys? Was den Ursprung des Churlys in Amerika anbetrifft, ist die Pferdewelt gespalten, sodass es unterschiedliche Rassennamen und Zuchtbücher für Pferde mit englischen Eigenschaften gibt. Manche glauben, dass das Churly vom russischen Baschkirn abstammt, während andere Beweise dafür anführen, dass gelocktes Fell seit mindestens 200 Jahren in Mustangs des amerikanischen Mittleren Westens nachzuweisen ist. Zu Beginn der Anerkennung des Churlys wurden auch andere Rassen mitten in das Zuchtbuch aufgenommen, wie zum Beispiel das Gangpferd Missouri-Foxtrotter. Wo auch immer sein Ursprung liegt, sobald deine Finger durch das weiche, kräuselte Haar fahren, wird dir klar, dass das Churly-Horse ein echtes Naturwunder ist. Aber das einzigartige Fell und die grausel Mähne sind nicht nur ein Augenschmaus. Sein Haar ist hypoallergen, sodass Churly-Horse auch von Reitern mit Pferdeallergie ohne Probleme geritten werden kann. Churlys sind ruhig, fleißig und äußerst intelligent und stellen sowohl für neue Reiter als auch für ernsthafte Wettkämpfer ausgezeichnete Pferde dar. Sie sind echte Alleskörner mit bemerkenswerter Ausdauer und eignen sich bestens für Reiter, die eine Vielzahl von Disziplinen sowohl der englischen als auch der Western-Reitweise bestreiten, wobei sie besonders beim Trail-Reiten hervorstechen. Während in der restlichen Welt nur wenige Churlys Gangpferde sind, werden auf Jorvik alle Churlys mit dieser außergewöhnlichen Eigenschaft geboren. Der Churlys-Shuffle ist die eine unverkennbare Gangart, die sich perfekt dazu eignet, über Jorwiks viele Wanderwege zu spazieren. Das ist wohl sowas ähnliches wie der Tölt beim Isländer. Glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, dass ich einen Churly gekauft habe. Ob du nur nach einem Gangpferd für deinen Ausritt oder nach einem hart arbeitenden Turnierpferd suchst, das keine Allergien auslöst, das gemütliche Churly Horse wird deinen Stall in jedem Fall mit Freude erfüllen. Ja, und knuffig sind sie auch noch. So, wir kaufen die Süße auch direkt. Das soll bei mir eine Sie sein. Ich habe auch schon direkt den Namen für die Maus. Wenn er noch da ist. Koffee, okay, Koffee ist schon mal gut, ja. Kaffeebien, Kaffeebohne. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Ja, ich werde die Süße jetzt anziehen und dann sehen wir uns gleich in der Reithalle wieder. Normalerweise würde ich die Gangarten ja jetzt irgendwo in Föckow vorführen, da es aber dunkel gerade in Jovic ist. Und man das nicht so gut sieht, sehen wir uns dann gleich einfach in der Reithalle wieder. Bis gleich. So, wir stehen jetzt in der Reithalle. Erst einmal zum Aussehen der süßen Maus. Sie kommt hier drin leider nicht so zur Geltung, wie ich es erst gehofft hatte. Naja, jedenfalls, ihr wisst es mittlerweile, ich bin ein totaler Fan von diesem, ja, dunklen Fuchs quasi. Und halt von Apfelschimmeln, beziehungsweise grauen Pferden. Sie ist mir direkt ins Auge gestochen. Sie ist wirklich ein traumhaft schönes Tier. Also ich finde die Farbe mega. Ich finde dieses, ich liebe ja dunkle Fuchs mit Helamene. Ich weiß nicht wieso. Ich finde, das sieht irgendwie so richtig schön mystisch aus. Ich liebe die Plässe, die sie hat. Das ist einfach toll. Ich hätte mir ja bei ihr noch ein Abzeichen unten an den Beinen gewünscht. Aber okay. Man kann halt nicht alles haben. Aber so ein Abzeichen unten an den Beinen hätte schon schön ausgesehen. Aber so kann man ihn ja wenigstens gut Bandagen, beziehungsweise Gamaschen anziehen, ohne etwas zu verdecken. Äh, ja. Weiter geht's zum Curly. Ich kann euch nicht sagen, ob der Körperbau so hinkommt. Ich finde ihn eigentlich ganz schön. Ich finde ihn wirklich niedlich. Ich finde, der sieht wirklich top aus. Der Körperbau, also das Pferd an sich sieht einfach schön aus. Ach ja. Also ich finde das Curly mega hübsch. Ich finde es super knuffig. Ich finde es super niedlich. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass sie ständig die Augen so stark zusammenkneifen. Ich finde das auch so süß, dass sie sich da am Bein kratzen dann einfach. Sieht halt so ein bisschen verschlafen aus. So ein bisschen so, ach, noch fünf Minuten. Oder erst so, ja, gib mir mal einen Kaffee und dann spreche ich mir in einer halben Stunde nochmal. Die sieht halt so ein bisschen verschlafen aus. Ja, und sie ist eine gemütliche, gelbe Mäuschen. Also vom Aussehen her top, finde ich mega schön. Ich mag das auch total, dass das Zabel hier die, ja, dieses Gelockte vom Fell reingebracht hat. Vor allem in der Mähne finde ich das mega schön. Beim Schweif hätten sie ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr reinmachen können. Ich weiß nicht, ob das beim Cholli so ist. Keine Ahnung. Ja. Ich zeige euch dann jetzt die Gangarten. Danach gehen wir noch zum Friseur und dann gibt es das Fazit. Viel Spaß. Musik Ich zeige euch dann. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und zack. Schon seid ihr im Curly Chuffle. Das ist quasi wie der Tölt beim Isländer. So. Dann gehen wir jetzt mal direkt noch die Frisuren checken. Also wirklich, ich finde diese Reithalle mega toll. Die ist für Pferdeverkauf-Videos einfach perfekt, weil hier so viel Platz ist, um die Gangarten zu zeigen. Erstmal zur Standard-Mähne. Ich finde es ein bisschen blöd, dass hier unten wieder diese dicken Strähnen sind, aber kennt man ja mittlerweile. Ich meine, es ist von 2019, das Pferd. Die Mähnen sind ja mittlerweile besser geworden. Finde ich aber so eine sehr hübsche Mähne. Vor allem finde ich toll, dass sie beidseitig ist und auf dieser Seite sogar noch ein bisschen voller ist. Der Schweif gefällt mir nicht so... Ach, der Schweif. Pferd hat einen Schweif im Gesicht. Ja. Der Schopf gefällt mir jetzt nicht so gut, aber ich finde das super schön kaschiert hier mit den Strähnen, also mit dem Welligen. Der Schweif ist unten ein bisschen dick und ich finde halt, er hätte ein paar mehr Wellen haben können. Die kurze Mähne gefällt mir beim Churley nicht so gut. Also ich finde, das steht ihr überhaupt nicht. Auch weil die Wellen halt raus sind, das finde ich sehr schade. Die ist auch wieder beidseitig, die Mähne. Zöpfchen rüber nach vorne, Mäuschen. Hopp. Ja, der Schopf ist nicht so meins, geht aber... Und der Schweif, den Schweif finde ich eigentlich ganz hübsch. Er ist zwar ein bisschen schmucklos, aber so ist er ganz in Ordnung. Ja, Zöpfchen. Wer regelmäßig die Pferdekauf-Videos vor mir guckt, der weiß, dass ich sie nicht leiden kann, dass ich sie hässlich finde und dass ich nicht finde, dass das schön aussieht. Vor allem sie baggen. Anscheinend sehr. Von der Seite auch. Mach doch mal den Kopf runter. Komm, sonst kriege ich immer die verfressenen Pferde. Jetzt kannst du auch... Doch, kannst den Kopf runter machen. Hopp. Ja, dann halt nicht. Ja, der Schweif ist hier auch sehr schmucklos. Finde ich jetzt nicht so toll. Der ist ein bisschen dünn. Ich finde es halt schade, dass bei den Mähnen das Wellige raus ist. So, nächste Frisur. Koffi. Auch hier finde ich es wieder total schade, dass das Wellige raus ist, weil gerade beim Shirley ist das doch echt was Schönes. Auch die ist nur einseitig. Ja, der Schopf geht. Der backt ein bisschen das Auge. Ich meine, gerade beim Curly ist das doch was Schönes, dass sie halt so eine wellige Mähne haben. Da mag ich die Strähnen unten nicht so. Die Mähne allerdings finde ich noch okay. Die ist nicht so stark gewellt, aber es sind Wellen drin. Die finde ich noch relativ hübsch. Die ist nur einseitig, die Mähne. Der Schopf gefällt mir nicht so. Der Schweif gefällt mir hier aber ein bisschen besser, weil er ein bisschen voller ist. Nur die Spitzen unten sind nicht so meins. Also wer zum Beispiel die Standard-Mähne auf der einen Seite haben möchte, würde ich die Mähne hier empfehlen. Auch wenn sie nicht so stark gelockt ist wie die Standard-Mähne. Aber sie ist wenigstens ein bisschen gelockt. Sie hat wenigstens ein paar Locken drin. Ich denke mal, ich bleibe bei ihr, aber bei der Standard-Mähne. Einfach, weil es am schönsten aussieht. Ob wenn ich ein bisschen enttäuscht vom Schweif bin. Aber sonst... Ja. Mein Fazit zum Shirley Horse. Ich finde das Shirley Horse vom Aussehen her total knuffig. Ich habe bei den Gangarten jetzt nichts bemerkt, was mich irgendwie... Entschuldigung, da war ein Husten. Was mich irgendwie davon abhalten würde, mir einen Shirley zu holen. Zumindest nicht so direkt. Ich habe beim Leveln auch nicht irgendwie gemerkt, dass das Pferd quasi lahm ist oder so. Also ich kann mich beim Shirley Horse nicht beschweren. Das Einzige, was ist, die Vorderbeine sehen im schnellen Galopp ein bisschen seltsam aus vorne. Aber es gibt Schlimmeres. Ich glaube, so hatte ich beim Shirley Horse aber auch nichts zu meckern. Ach, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich finde den Curly Shuffle cool. Ich finde das Shirley halt einfach super. Und gerade jetzt während dem Rabatt lohnt sich das auf jeden Fall, sich ein Shirley zu holen, wenn man eh schon am Nachdenken ist. Ich meine, das Pferd ist um 340 Starcoins runtergesetzt. Wenn man jetzt nicht zuschlägt, dann kriegt man es, glaube ich, nur günstiger, wenn man wartet, bis eine Überarbeitung vom Shirley kommt. Das kann auch eine Weile dauern. Ah ja. Ich weiß nicht, soll das so sein, dass das Pferd hinten so einen kurigen Rücken wird beim Laufen? Ach, ich weiß es nicht. Ich habe davon keine Ahnung. Ich sage nur, was ich hier so sehe. Meine komplett qualifizierte, unqualifizierte Meinung. Also ich finde es mega süß. Ich finde die Kleine hier total niedlich. Meine kleine Coffee Bean. Ich bin ganz froh, dass ich sie jetzt endlich habe. Ich glaube, ein Shirley wird auf Tilda auch noch einziehen, weil sie sind einfach mega knuffig. Und ich kann mich nicht beschweren, was die Gangarten oder so angeht. Mehr habe ich zu dem Thema auch nicht zu sagen. Also wenn ihr ein Teddybär haben wollt, wenn ihr was knuddelflauschiges haben wollt, schlagt zu, solange der Rabatt noch da ist. Der geht wie gesagt nur bis zum 1. Dezember, bis zum Mittwochsupdate. Also wenn ihr darüber nachdenkt, schlagt zu. So, das war es aber jetzt von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst nicht, nächste Woche kommt das Remake der Isländer rein. Die alten Isis sind schon reduziert. Dann könnt ihr euch dann auch auf ein Pferdekauf-Video nächste Woche freuen, weil ich habe vor mir am Mittwoch die Überarbeitung vom Isländer zu holen. Und am Samstag soll dann nochmal ein alter Isländer einziehen. Einfach damit man in der Woche einen Vergleich zwischen alt und neu hat. Ja, so. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!